Ich muss immer aufrollen, das ist very anstrengend. Ja, und das ganze Zocken ist auch very anstrengend, aber sowas von. Das macht er schon die ganze Zeit. Das ist immer anstrengende Sachen, weißt du. Ach Mensch, Dede. Hallo, hat mal ein bisschen Mitleid von uns, wir sind alt. Besonders ich. Autsch. Voll. Ich sehe aus wie 22, fick dich. Du siehst aus wie alt. Ja, ein kleines 14-jähriges Kind hat mich auf 22 geschätzt. Alles klar. Oh mein Gott, das ist eindeutig eine Lüge von dem Spiel. Voll von dem Spiel. What the fuck, was geht denn hier ab? Guckt euch mal die Ansammlung an von Pigments. Will ich gar nicht. Oh, ich will, ich will, ich will, ich will. Das war's. Geht ja noch. Geht ja noch. Hallo. Du hast die 300 Liter Pigments. Na, was jetzt abgeht. Bleib mal da stehen, Dede. Stirbt, meine kleinen Freunde, stirbt. Stirbt schon. Stirbt. Sie töten. Ein nach dem anderen, qualvoll fällt er jetzt um. Wieso sterben die? Weil der Grindr da ist. Da ist ein Rinder. Wie viel Gold haben wir mittlerweile? Alter, wie viel Goldschwerter, ne? Ist egal. Wir brauchen noch eine Goldfarm. Weißt du, in Vanilla Minecraft macht man sich so eine riesen Kack Farm, ne? Wir machen einfach so einen kleinen Bunker hier. Hm. Na, stirbt doch schon endlich. Warum haben wir eigentlich soviel Sulfur? Äh, Blazes. Die Blazes droppen das manchmal. Was sollen wir damit machen? Keine Ahnung, was kann man mit Sulfur machen? Ganz, ganz viel Abbrang. Rotterien. Ne, wir können das verbrennen hier beim Wubber. Guck mal hier, der Induction Smelter. Sulfur, dann kriegen wir da vier Wubber raus. Und bei 45% kriegen wir nochmal einen raus. Sonst? Damit kann man Erde machen. Oder... Gunpowder, da brauchen wir Salpeter und Charcoal. Pulver ist Charcoal, guck mal. Würde sich auch noch nützlich machen. So, ich mach mal meine Villager an, ne? Ja, läuft das jetzt auch? Ich mach die gerade an. Kann ich hier durchgucken, oder was? Oh, jetzt ist der Block weg, ernsthaft? Nein, Block, komm wieder! Oh nein, der Block hat mich verlassen, da sind sie wieder. Mal an. Schon ein bisschen kompliziert, ne? Hast du reingetan? Ja, Spawn. Ja. Geht's. Hi. Mee. Okay. Schocken Gold Coins, Süd. Ach ja, die kann man auch einschmelzen. Jetzt hängt er halt so'n Zombie hinter der Wand und will einfach nur zu denen hin. Jetzt ist er gestorben, der arme Junge. Oh, ich krieg so viel... LP... LP Minecraft. Wie viel... Wie viel Strom frisst er jetzt? Oh, Alter, die Mob ist sens. Oh mein Gott, die Mob ist sens wird weniger. WTF? Wie viel hat... Wie viel hat der denn noch? Ich glaub, der kriegt er als erstes, ne? Pfff... Ich hab keine Mob ist sens mehr. LOL. Ich mach mal ihn wieder aus. Ich hab zu viele Viechers. Ja, du brauchst oben... Du brauchst definitiv ein System. Oder... Ding... Du brauchst da irgendwie... Ja. Hm... 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 Extract... Warum soll er das wieder nach oben schicken? Oh, ich hab kein... Das ist... Okay, das läuft auch. Oh... Willkommen von einem Villager... 5000 AP... LOL... Und was handelt ihr so? 24 Oakwood für eine Apiary. Okay... Na, ist auch interessant. Können wir bauen. Was ist? 14 Landminen für 2 Goldbüsche. Warte mal, wie macht... Warte mal Landminen? Warte, wie macht man Landminen? Wir brauchen eindeutig ne Landmine. Ah, so ein Casting. Ja, vergiss es. 2 Goldcoins für Pfeile. Warte, wie macht man Landminen? 6 Ember für ein Emerald... Ah, fuck! Ember haben wir doch, glaube ich, oder nicht? Ja, ich bin aussehen getötet. Ja, wir stürmen. Du bist stürmen, glaube ich, ein bisschen, ne? 8 Emeralds. Du bekommst ein, ähm... Oak Sapling für 8 Emeralds. Das ist dann irgendwie ein komischer Oak Sapling. Willst du den Deal? Ja, EU West, ne? Aber... So, Pickman, spoten ruhig weiter. Jaaaa... Na, hat funktioniert... Na, kannst du doch irgendwann kopieren, oder nicht, die Gast hier? Natürlich kann ich die kopieren. 800.000 Mal, theoretisch. Mal schauen, was Dede macht. Wo ist Dede jetzt eigentlich verschwunden? Hier unten, ähm... Hast du nochmal den Link für dein... Program, ne? Welches Program? Dein... Sag nicht, du hast dich Labelset gemacht bei deinem. Du weißt ganz genug, dass die Torte sich resetet hat, du Affe. Ja... Wahrscheinlich. Fuck, integrated of fire! Äh... Es gibt... Flash-Shooter... Paste bin links. Was brauchst... Warte mal, du brauchst den... Welchen brauchst du denn hier? Nee... Das ist der Falsche. Ähm... Auf wen hab ich den letztes Mal gegeben, den... Diesen, der so einen Tunnel macht, so... Hätte... Da... Der ist das... Der ist das... Der ist das... Nee... Nee... Ich glaub, der ist das, den ich hier habe... So... Kopieren... Ich muss ja eben Paste bin machen... Weil ich den Link dazu irgendwo... Irgendwo... Irgendwo habe... Ja... Aber ich weiß nicht wo... Paste bin hinter... Einfügen... Dann machen wir daraus... Einmal... Lua... Und den Namen... Tunnel... Sup, sup... Äh... Hier... In the Channel... So... Oh... Oh... Könntest du damit jetzt arbeiten... So... Das läuft, das läuft, das läuft... So... Jetzt müssen wir jetzt machen... Jetzt warten wir bis das im E-System eigentlich laufen kann, ne? Ja... Aber im E-System muss man halt... Ja... Das ist eine coole Idee, können wir schon... Machen... Äh... Tisch... Wendliche Getötung... Wir werden denn Datoren ballern... Uots, Uts, 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 Utsu, Uts, Uts? Mhh... Okay die haben wir noch... The Binders... Content Binders... Löwe drauf... gtf ich möchte eine katze mit dir kuscheln wo kommen noch mal steine hin hast du aber vorher namen gegeben willst du den noch mit charcoal auffüllen weil wir haben einen ganzen barrel voller charcoal wo hab ich jetzt die qid hingepackt sie neben da vorne hingepackt ja genau wir haben einfach zu viele von den scheiß goldschwertern die mussten zusammen kraften weil die nur immer nur halb sind also angekratzt dann habe ich den falschen gegeben das kann sein nein das stimmt aber ich musste genau eingeben ok warte mal wo bist du denn gerade ist doch nicht in meinem tunnel ja warte mal bau den meinem ab es kann sein dass er das behindert ganz leicht ganz ganz leicht wo seiten hier unten mhm aha gib mir mal ihm den drecksack hier schmackin gib mir mal die ganzen sachen er fackel dat 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 wie heißt das programm genannt stripmine 4 4 4 50 5 schon mal eingegeben 5